Tag miteinander, ich bin der Wanderfritz. Wir sind heute auf dem Schächertaler Höheweg. Der geht von unten auf Alm auf Ratzi und ich freue mich auf die Wanderung. Und ich bin der Tag. Und ich bin der Tag. Ich kann es. Wenn ich den idealen Wanderweg selbst erfinden könnte, dann sehe ich den genau so aus wie der Panoramaweg. Die Klausel passt zu, aber bis hier oben kann man fahren. Also bis zu Freitag kann man fahren. Ja, bis zu Freitag kann man fahren. Ja, da hinten ist es ja alles heim. Die sind da noch höher oder wie? Nein, nein, das ist etwa 15 oder so. Okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir sind am Schluss dieser schönen Panoramawanderung. Die Zeit, die wir gebraucht haben, dreieinhalb Stunden. Es ist leicht auf und runter gegangen, aber ich kann die empfehlen. Zwischendurch braucht es ein wenig die Letzsicherheit, aber sonst ist das eine wunderbare Wanderung für alle. Tschau zusammen. Weitere schöne Genusswanderungen findet ihr in den Wanderbüchern vom Weltbildverlag und in ihrer Homepage www.wanderfritz.ch